Der Toyota Mirai ist ein Brennstoffzellen-Hybrid-Fahrzeug. Die Brennstoffzelle übernimmt hierbei die Aufgaben des bekannten Benziners in der Hybrid-Variante. Beim Anfahren des Mirai liefert der Strom aus der Batterie die Energie für den Anfahrvorgang. In der normalen Fahrphase liefert die Brennstoffzelle den Strom für den Elektromotor. In einer starken Beschleunigungsphase arbeiten Batterie und Brennstoffzelle gemeinsam, um die entsprechende Energie bereitzuhalten. In der Verzögerungsphase erfolgt die Rekuperation, das heißt die elektrische Energie wird umgewandelt und wieder in der Batterie gespeichert. Diese ganzen Vorgänge funktionieren für Fahrer und Insassen vollkommen unmerklich. Die Tankfüllung von ca. 5 kg Wasserstoff ist ausreichend für eine Reichweite von ca. 500 km. Bei Untertitelung des ZDF, 2020